Also 3D-Drucken hier jetzt in der Gießerei, wenn wir hier schon am Standort sind, hier werden Formen gefertigt, die bisher nur klassisch möglich waren, Sandformen, die dann mehrere Teile beispielsweise waren, gefügt wurden. Das hat man jetzt mit der 3D-Drucktechnologie geschafft, dass es in einem Ganzen gefertigt wird, also Formen für die Gussteile.